Ich bin Linda Hesse und ich drehe heute mein neues Video zu dem Song mit aller Kraft, den ich der deutschen Krebshilfe widme. Es ist ein emotionaler Song, vielleicht emotionaler als alle Lieder, die ich bisher gemacht habe. Ich bin Sängerin und freue mich darüber, dass ich mit Musik Trost und Kraft spenden kann, aber vielleicht auch einfach Freude und ein bisschen Mut geben kann. Ich glaube, mit aller Kraft haben wir auch heute das Video hierzu auf die Beine gestellt. Sogar die Sonne hat mitgespielt. An so einem eigentlich tristen Oktobertag hat in Berlin für uns der schönste Sonnenschein gestrahlt. Ich glaube, dass die Deutsche Krebshilfe allen Beteiligten und Betroffenen und Angehörigen wirklich so viel Mut, Kraft und Energie spendet, dass ich froh bin, dem Ganzen auch musikalisch ein Stück weit mit unter die Arme greifen zu können. Deshalb freue ich mich, dass ich jetzt ein Teil der Deutschen Krebshilfe bin. Ich weiß, du gibst dich niemals auf. Ich weiß, du gibst dich niemals auf.